Mann, Mann, Mann. Was war 2022 für ein durchwachsenes Jahr? Wir hatten viele Schattenseiten und negative Themen, aber auch viele positive Momente und Ereignisse. Aber eines hat sich wieder einmal herausgestellt. Themen wie explodierende Inflationszahlen, weiter steigende Altersarmut und ein fragiler Immobilienmarkt und Finanzierungen zeigen folgendes auf. Dass man sich unbedingt mit seinen Finanzen beschäftigen sollte. Und ich gehe sogar noch weiter und mache ein gewagtes Statement. Ich bin nämlich der Meinung, dass jeder, wirklich jeder investieren muss und nicht kann oder sollte, sondern muss. Warum ich das so sehe, das schauen wir uns im heutigen Video an. Wenn du in 2022 also noch nicht aktiv Geld angelegt hast, wäre zu Beginn 2023 der richtige Zeitpunkt, endlich anzufangen. Da viele Menschen Vorurteile zum Thema Geldanlage haben, werden wir diese Stigmen analysieren und widerlegen im zweiten Part. Und zum Schluss dann ganz konkret. Wie würde ich bzw. wie investiere ich auch selbst eine monatliche Sparrate von zum Beispiel 50, 100, 200, 500 Euro oder mehr pro Monat? An dieser Stelle natürlich der Hinweis, dass alles, was ich sage, keinerlei offizielle Anlageberatung ist und nur meine persönliche Meinung. Bevor wir loslegen, könnt ihr mir jetzt gerne noch euren Support mit einem Daumen nach oben oder Abo dalassen. Die Glocke anmachen, um benachrichtigt zu werden, wenn ich ein neues Video hochlade, lege ich euch ebenfalls ans Herz. Merci. Und jetzt geht's los. Die Frage auf die Antwort, warum jeder investieren sollte, kann man ja aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Nehmen wir eine Person oder Familie hier. Ihre finanzielle Situation befindet sich auf dem Niveau der Linie hier. Investieren und Geld anlegen kann diese Linie nun in zweierlei Hinsicht positiv beeinflussen. Einmal ist Investieren eine super Sache, um langfristig relativ einfach Wohlstand zu entwickeln. Man braucht kein Startup gründen, kein Lotto gewinnen und muss sich nicht totarbeiten, um am Ende eine nette Summe und Rendite beisammen zu bekommen. Wie das funktioniert, fragt ihr euch. Das Geheimnis ist der sogenannte Zinseszins. Schon Albert Einstein hat das Potenzial erkannt und betitelte das Phänomen als achtes Weltwunder. Der Mensch denkt tendenziell eher linear und ein exponentielles Wachstum ist schwer zu begreifen. Um den Effekt des Zinseszins zu veranschaulichen, habe ich euch mal folgendes Beispiel mitgebracht. Ihr habt 10.000 Euro angespart und investiert diese nun mit einer Rendite von 7% pro Jahr. Das heißt vor Steuern bekommt ihr ungefähr 700 Euro ausgeschüttet. Diese 700 Euro nutzt ihr nun für euren Urlaub, ein neues Auto oder sonst irgendwas. Ein Jahr später schüttet euer Investment wieder 700 Euro aus. Das Jahr darauf auch wieder. Bei einem Zinseszins und exponentiellen Wachstum werden diese 700 Euro pro Jahr aber genommen und reinvestiert. Das heißt ein Jahr später bekomme ich nicht nur wieder 700 Euro, sondern auch weitere 7% Rendite, die meine 700 Euro, die ich hier wieder angelegt habe, entwirtschaftet haben on top. Wenn ich das Ganze ein paar Jahre lang mache und immer wieder reinvestiere, wächst das Thema exponentiell nach oben. Wie ein Schneeball, der rollt, ist es am Anfang eher noch kleiner. In den Jahren hinten raus bezeichnet es aber dann ein enormes Wachstum. Wer 100 Euro im Monat anlegt in ein weltweit breit gestreutes Aktienportfolio, welches 7% im Durchschnitt erwirtschaftet, erhält am Anfang eine solide Rendite. Aber hinten raus kommen wirklich astronomische Summen heraus. Während zum Beispiel das 10. Jahr auf das 20. Jahr etwa 40.000 Euro addieren in Summe beim Vermögen, bringt Jahr 40 auf 50 bereits 250.000 Euro on top. Das ist nur eine Beispielrechnung. Faktoren wie Steuern, Inflation und so weiter spielen natürlich noch eine Rolle dabei. Das war jetzt also eines der Ziele, die man haben kann beim Investieren. Wir wollen einfach mehr aus unserem Geld machen und versuchen Wohlstand aufzubauen, indem wir in Unternehmen, Aktien, ETFs, Gold, P2P-Kredite, Kryptowährungen und so weiter investieren. Das ist nice to have. Ein anderer Grund, warum wir aber investieren müssen, ist aber nicht nur um mehr Geld zu verdienen, sondern auch um unser Geld zu behalten bzw. unsere Linie hier nach unten abzusichern. Ich spreche zum Beispiel von der Inflation. Aktuell ist die Inflation enorm hoch und hat mittlerweile ein Niveau erreicht, wo wir von deutlichem Kaufkraftverlust sprechen. Eine Inflationsrate von x Prozent liest sich immer so leicht in Artikeln oder Zeitungen. Und auch vor der aktuellen Phase hatten wir schon ein Niveau von 4 bis 5 Prozent. Angenommen, ich habe 10.000 Euro auf dem Konto, habe ich nach 12 Monaten immer noch 10.000 Euro auf dem Konto als absolute Zahl, kann mir aber im Verhältnis nur noch für ungefähr 9.000 Euro Gegenwert etwas kaufen. Wir haben einen Verlust, wie viel Kaufkraft unser Geld hat, wenn es uninvestiert auf dem Tagesgeldkonto rumschimmelt. Kommen wir zu einem weiteren Punkt, warum wir investieren müssen. Bisher hatten wir Wohlstand erschaffen, Wohlstand behalten. Und nun kommt das Schlimmste. Altersarmut und der Rentenlücke entgegenwirken. Für junge Leute ist 0,0 Verlass mehr auf die gesetzliche Vorsorge. Und jeder, der denkt, dass man privat nicht auch vorsorgen müsste, lebt in einer Illusion. Schaut euch mal die Rentenniveaus der letzten Jahre an. In 2021 gab es im Durchschnitt nur etwa 1.000 Euro pro Monat an Rentenzahlbeträgen, netto vor Steuern. Und auch der Personenkreis, der 35 Jahre lang gebuckelt und eingezahlt hat, kommt nur auf 1.300 Euro netto. Das ist super wenig, wenn wir bedenken, wie teuer Mieten, Wohnen, Essen und alles um uns herum geworden ist. Wer nicht privat vorsorgt, hat es extrem schwer später. Und die Tendenz der gesetzlichen Rente und der Ausblick werden eher noch schlechter in meinen Augen die nächsten Jahre, als sie eh schon sind. Auch wenn es nur 25 Euro im Monat sind, die man aufbringen kann. Jeder Mensch sollte sich um das Thema Altersvorsorge früh genug Gedanken machen. Wie wir gesehen haben, je früher wir anfangen, desto mehr zahlt es sich später auch aus. Aufgrund vom Zinseszins. Wir haben also alle Art von Gründen, warum jemand investieren sollte. Aber ich bleibe dabei. Alleine um eine Art Puffer für das Alter aufzubauen, muss jeder investieren. Kaufkraft schützen und sogar Wohlstand aufbauen, sind dann die Kirschen on top. Einige Zuschauer werden jetzt wahrscheinlich schon mit den Hufen scharen, um Gegenargumente zu liefern, warum Investieren keine gute Idee ist und nicht immer sinnvoll. Das ist in Deutschland keine Seltenheit. Wenn ich so etwas von meinem privaten Umfeld erzähle, höre ich auch immer dieselben Vorurteile. Und diese werden wir uns jetzt mal ansehen. Ja, ja. Investieren ist ja schön und gut. Aktien, Immobilien, bla bla. Das ist sicher eine feine Sache, aber für mich nicht relevant, da ich nur wenig Geld überhaupt sparen kann. Wenn überhaupt. Und Investieren ist für die reiche Oberschicht gedacht. Kleine Beträge lohnen sich ja sowieso nicht. 7% Rendite ist ja toll. Wenn ich aber nur 50 Euro habe, sind das ja gerade einmal ein paar Euro. Aber ist das wirklich so? Also ich bin der Meinung, alleine vom Lerneffekt sollte man immer anfangen, egal mit welcher Summe. Wenn ich aktuell 10 Euro im Monat investieren kann, kann ich in 10 Jahren vielleicht 300 Euro im Monat investieren. Ich weiß dann aber schon ganz genau, was ich wie machen muss und habe einiges an Erfahrung sammeln können. Lieber einen Fehler mit 10 oder 100 Euro machen, als mit 100.000 Euro. Auch wenn man mit 5 Euro im Monat natürlich nicht Millionär werden kann ohne weiteres, sollte das auch gar nicht die primäre Motivation sein. Ich habe hier mal eine Beispielrechnung mitgebracht. 50 Euro im Monat Sparrate. Angefangen mit 25 Jahren als Berufseinsteiger. Ich denke, hier sind viele mit Ausbildung, Studium oder so fertig und fangen an, Geld zu verdienen. Das zieht man dann bis zur Rente durch, mit 67. Ich nehme wieder 7% pro Jahr Rendite an, durch ein breit gestreutes Aktienportfolio. Ich ziehe bei der Rendite 2% ab für die Inflation, rechne also mit 5% im Jahr in diesem Beispiel. Laut der 4%-Regel können wir langfristig ungefähr 4% eines Geldvermögens entnehmen, ohne dass das Kapital aufgezehrt wird, da die Rendite höher ist als die Entnahme. Meine 50 Euro pro Monat Sparrate bringen mir, bis ich 67 bin, eine Summe von ungefähr 25.000 Euro investiertem Kapital, 57.000 Euro erwirtschaftete Rendite, also ganze 82.982 Euro an Endvermögen. Von diesen, ungefähr 80.000 Euro, können wir also ungefähr 4%, 270 Euro, jeden Monat auscashen. Und das Ganze in der Theorie unendlich lange, da das Kapital nicht verzehrt wird. Steuern kommen noch weg und so weiter und nicht alle Variablen werden hier berücksichtigt, aber die Message bleibt gleich. 50 Euro Sparrate, angefangen in jungen Jahren, bringe mir irgendwas um die 300 Euro im Monat Kapitalerträge später, wenn ich in Rente bin. Erinnert euch nochmal an die Rente, die ihr bekommt und wie viel ihr dafür einzahlen musstet. Das Resultat bei der privaten Vorsorge ist wesentlich besser als bei der gesetzlichen Rente. Weniger Einsatz bei viel höherem Outcome. Bei 150 Euro monatlicher Sparsumme in unserem Beispiel kommen wir ja schon fast auf die aktuellen Rentenniveaus, nämlich 830 Euro pro Monat Entnahme, bei einem Kapitalvermögen von 250.000 Euro. Endfazit ist also, auch kleinere Beträge lohnen sich enorm. Oder ein anderer Klassiker an Vorteilen. Investieren ist reine Zockerei. Risikoreich und nur für Spekulanten gedacht. Gebranntmarkt durch die Telekom-Aktie und neuerdings auch durch Wirecard ist die Aktienkultur in Deutschland extrem verpönt und davon lässt der Durchschnittsdeutsche generell lieber die Finger. Gegenfrage. Jedes Jahr deine Kaufkraft durch Inflation zu verlieren ist weniger risikoreich. Dich auf die gesetzliche Rente zu verlassen und im Alter zu riskieren in Armut zu legen ist weniger risikoreich. Aber klar, wir müssen es nicht runterspielen. Überall wo Rendite draufsteht, ist auch ein Risiko drin. Es geht aber nicht darum, das Risiko zu ignorieren, sondern um es einschätzen zu können und zu minimieren. Eine Methode zum Beispiel Risiko rauszunehmen beim Thema Investieren ist das Thema Diversifikation. Schaut euch mal die folgende Asset Allocation an, also die Aufteilung des Vermögens. Wir haben hier etwa 10% Cash, gute 30% Bitcoin und der Rest in der Tesla-Aktie. Was passiert nun, wenn Tesla stark fällt und womöglich sogar pleite geht? Richtig, direkt ein Hauptteil des gesamten Vermögens ist betroffen. Dasselbe kann bei Bitcoin auch passieren oder bei der Cash-Position, wenn die Inflation alles auffrisst. Wenn wir aber breit streuen auf viele verschiedene Anlageklassen, dann nehmen wir das einzelne Risiko einer Klasse raus. Und noch besser, innerhalb der einzelnen Klassen kann ich ebenfalls nochmal diversifizieren. Im Bereich Immobilien lieber drei kleinere Wohnungen als ein großes Haus, im Bereich Aktien ein Marktbrenn-Aktien-Index anstatt fünf einzelnen Titeln und so weiter. Ein zweiter Punkt, um Risiko zu minimieren, ist es langfristig zu investieren. Klar, wer vor einem Jahr investiert hat und heute in sein Portfolio schaut, schaut dumm drein. Aber ein Jahr sollte kein Horizont sein, der überhaupt eine Rolle spielt. Im Bereich Aktien investiert man auf 10, 15, 20, teilweise 30 bis 40 Jahre lang. Warum das so wichtig ist, fragt ihr euch? Weil wir davon ausgehen, dass die Weltwirtschaft langfristig wächst, mehr Geld geschaffen wird, mehr Menschen geboren werden, der Wohlstand steigt und viele weitere Effekte, die dazu führen, dass die Aktienmärkte langfristig steigen sollten. Kurzfristige Schwankungen werden irgendwann ausgebügelt. Wenn man sich den MSCI World Index hier anschaut, denkt man sich, naja, früher war das Wachstum ja viel stabiler und besser. Heute ist die Volatilität und die Abschwünge nach unten ja extrem. Aber wenn man mal reinzoomt in die älteren Jahre, sieht man, dass auch hier große Schwankungen an der Tagesordnung waren, auch nach unten, die einfach im langfristigen Bild untergegangen sind mittlerweile. Dass Aktien langfristig, wenn sie breit gestreut werden, ein sehr geringes Risiko haben, zeigt die folgende Grafik. Die X-Achse zeigt, wann man den deutschen Aktienindex DAX gekauft hat und die Y-Achse, wann man dieses Portfolio dann wieder verkauft hat. Je länger wir halten, also je mehr wir von oben links nach unten rechts gehen, desto grüner wird das Ganze. Hier dasselbe Bild mit dem weltweiten Index MSCI World. Selbst wenn wir 2021 oder 2008 in den Krisenjahren gekauft haben, hier in rot dargestellt, ist es nur eine Frage der Zeit gewesen, bis wir wieder in der Gewinnzone sind. Wenn dann MSCI World, in dem fast alle börsengelisteten Firmen enthalten sind, nach 20, 30 oder 40 Jahren weniger wert ist als heute oder sogar auf Null steht, dann haben wir ganz andere Probleme als Aktienrenditen. Am Ende werden wir irgendwo zwischen 6 und 8 Prozent jährlicher Rendite bei weltweiten Aktien rauskommen. Fazit ist also, wer diversifiziert und langfristig anlegt, hat ein geringes Risiko und viel wichtiger, ein geringeres Risiko als das Risiko von Altersarmut und Inflationskaufkraftverlust. Die Behauptung, dass das Thema Investieren zu kompliziert ist und man eine Beratung braucht, ist ebenfalls hinfällig. Ein Sparplan bei einer Bank einrichten kostet keine 5 Minuten Zeit und das Basiswissen hierfür, was man genau machen sollte, kann man nach ein paar Tagen erlernen. Das sollte einem die eigene Altersvorsorge schon wert sein. Die Frage, die mir oft gestellt wird, ist dann auch, wenn ich wieder heute bei Null anfangen würde, wie würde ich konkret loslegen? Kommen wir also zum zweiten Teil des Videos. Wie würde ich heute 150 Euro, 50 Euro, 350 Euro oder welche Sparsumme auch immer pro Monat investieren? Ich habe euch einfach mal ein paar Beispielmodelle mitgebracht, die ich selbst aktuell lebe und umsetze. Erstmal ein paar generelle Punkte. Ich persönlich fahre eine lang ausgerichtete Strategie. Nicht nur vom Anlagehorizont, wie wir gesehen haben, sondern auch in Bezug auf die Investmentstrategie an sich. Von 18 Jahren alt an, wo man ein Depot eröffnen darf, bis hin zur Rente mit 67, ändert sich meine persönliche Investitionsstrategie also kaum. Kurz vor dem Ruhestand könnte man vielleicht etwas anderes investieren als in jungen Jahren, aber im Grunde genommen bleibt die Basis immer die gleiche. Zweitens würde ich diversifiziert anlegen. Und zwar nicht nur, dass man viele Assetklassen bespart, sondern auch die Gewichtung würde ich eher etwas defensiver sehen. Ihr kennt bestimmt aus der Schule die Ernährungspyramide. Hierbei die Theorie ja, gesunde Lebensmittel, die der Körper braucht, wie Wasser, Gemüse, Proteine, Früchte, ganz klar viel essen. Je ungesünder und nährstoffärmer es wird, desto weniger sollten wir es essen. Also Themen wie Süßigkeiten zum Beispiel nur oben und in Maßen. Im Bereich Investieren gibt es diesen Ansatz auch und nennt sich Core Satellite. Wir haben also einen Kern und um diesen Kern herum schwirren dann kleinere Satelliten und Beimischungen rum. Bei mir ist der Kern mein Aktien-ETF-Indexportfolio, welches ich euch auch nochmal hier oben rechts verlinke. Dieses deckt die ganze Weltwirtschaft ab. Zwei Positionen, langweiliges Thema. Einfach nur stumpf besparen mit einem Großteil meiner Sparrate, das mir im Mittel wahrscheinlich irgendwie 7% pro Jahr Rendite langfristig einbringen wird. Dazu mische ich dann kleinere Satelliten, aber eben in kleinerer Gewichtung. Das wären zum Beispiel Themen wie Kryptowährungen, Einzeltitelaktien, ein Cashbestand oder Sachwerte wie Wein oder Uhren. Ich würde außerdem ganz klar passiv investieren. Was das genau heißt, schauen wir uns jetzt mal an. Logisch wäre es natürlich zu denken, hey, gerade stehen die Kurse günstig, jetzt steige ich ein. Oh, jetzt sind die Aktien aber wieder teurer geworden, jetzt verkaufe ich wieder. Hm, dieser eine Trend hier ist besonders interessant. Da gehe ich genau rein. Das ist alles ein aktives Handeln. Interessanterweise schaffen es 99% der Fondsmanager laut Statistiken nicht, den weltweiten Markt zu schlagen, der einfach nur passiv läuft. Ich versuche also gar nicht den Markt an sich zu schlagen mit meiner Überrendite und möchte einfach nur die Marktrendite erhalten. Spare mir so Zeit, Nerven und Ordergebühren. Wenn wir gerade von Ordergebühren sprechen, ist das ebenfalls sehr wichtig, denn die Gebühren fressen die Rendite. Wenn wir jedes Jahr 2-3% für den Ausgabeaufschlag oder die Vorverwaltung zahlen oder 30 Euro für einen Aktienkauf, ist das langfristig deutlich bemerkbar. Ich kaufe also eigentlich nur kostengünstige Produkte wie ETF, Einzelaktien bei günstigen Brokern und so weiter. Generell, bevor wir auf die konkreten Anlagebeispiele kommen, noch der Hinweis auf zwei Basics. Einmal der Notgroschen. Jeder, der an das Investieren denkt, sollte sich eine eisene Cashreserve für schwere Zeiten aufbauen und diese darf niemals angefasst werden. Aktuell sehen wir mit den Energiepreisen, wie wichtig es ist, etwas Puffer zu haben. Die Meinungen gehen hier weit auseinander, aber zwischen drei und sechs Netto-Monatsgehältern sollte man auffüllen, bevor man ans Investieren denkt. Mittlerweile gibt es ja auch bei einigen Brokern wieder 2% auf das Verrechnungskonto. Man kann also ruhig etwas Geld halten. Der zweite Punkt ist dann das Humankapital. Die größte Rendite bringt immer noch ein Investment in sich selbst als Person, sei es mit einer Weiterbildung, einem Abschluss oder sonstigen Dingen. Und jetzt starten wir in die Portfolios. Wie würde ich also meine ersten 150 Euro pro Monat investieren? Diese Summe könnte auch 20 Euro, 50 Euro oder 100 Euro sein. Es geht erstmal um die grobe Größenordnung. Ganz einfach, ich würde diese Summe zu 100% in Aktien investieren. Aktien haben eine gute Mischung aus leichtem Zugang, Renditestärke und Sicherheit, um langfristig Vermögen aufzubauen meiner Meinung nach. Bei 150 Euro würde ich also zum Beispiel nur in weltweit gestreute ETFs gehen. Und zwar ganz simpel in 70% MSCI World und 30% MSCI Merchant Markets. So wie ich es übrigens bis heute auch noch durchziehe. 150 Euro würde ich also so aufteilen. 100 Euro in MSCI World, 50 Euro in den MSCI Merchant Markets. Wer lieber Einzeltitel kaufen möchte, kann das natürlich auch machen. Jedoch hier darauf achten, dass man breit genug divisifiziert ist. Also pro Einzeltitel nicht mehr als 10 oder 25 Euro im Monat Sparplan. Bei etwas mehr Sparsumme, also 200, 300 oder 350 Euro pro Monat, würde sich das Ganze immer noch nicht ändern. Weiterhin 100% in Aktien und die Summen einfach erhöhen. Also zum Beispiel 250 Euro MSCI World und 100 Euro in den MSCI Merchant Markets. Alternativ wieder Einzelsparpläne oder Einmalkäufe von ein paar hundert Euro. Bei ungefähr 500 Euro im Monat könnte man dann anfangen, regelmäßig auch weitere Assets mit einzubauen. Den MSCI World und den Merchant Markets könnte man ergänzen durch Rohstoffe, Einzelaktien, Kryptowährungen und andere Investmentvehikel. Aber nach wie vor der breite Kern und Fokus auf Aktien-ETFs. Als ich bei 1000 Euro Sparsumme pro Monat und auch viel mehr angekommen bin, hat sich das alles nicht viel verändert. Basis bilden bei mir immer noch meine ETFs. Dazu kommen dann weitere Assets. Alles was nicht zum Core gehört ist übrigens flexibel. Einmal bespare ich mehr in Kryptowährungen, einmal mehr in P2P-Kredite. Aber was immer immer gleich bleibt ist der starke Fokus auf die Aktien-ETFs. So war es bei mir auch in 2022. Hier ging vermehrt Geld in Kryptowährungen und Wachstumsaktien. Für das nächste Jahr plane ich aber eher den Bereich Sammlerstücke zu stärken und Kryptowährungen und P2P-Kredite nicht mehr zu stark zu besparen. Meine ETF-Basis bleibt aber immer die gleiche. Als Fazit lässt sich also sagen, auch kleinere Summen lohnen sich an der Börse langfristig immer. Ich würde 150 Euro, 300 Euro, 700 Euro pro Monat oder egal auf welche Summe auch immer, immer gleich investieren. Den Hauptteil in einen breiten ETF-Kern und dazu weitere Diversifikationen dazu. Wie immer aber gibt es hier tausende verschiedene Strategien. Jeder Ansatz hat seine Berechtigung und es gibt nicht nur Schwarz und Weiß. Viele Leute machen zum Beispiel auch Immobilien, was auch absolut in Ordnung ist. Ich persönlich mache aber eher mehr in Aktien. Danke fürs Zuschauen bei diesem Video. Ich weiß, dass das für Beginner sehr viele Informationen waren und ich biete deshalb an, dass bei diesem Video einfach jeder Kommentar und Frage von mir beantwortet wird. Vielleicht auch von einigen von euch aus der Community. Falls ihr also irgendeine Art von Frage habt, einfach rein in die Kommentare. Klar ist meine Meinung auch nur eine Meinung, aber vielleicht hilft ein zweiter Blinkwickel ja dem ein oder anderen weiter. In dem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Euer Finanzbär